Hallo und herzlich willkommen zu Birtes Bettgeflüster. Hier beantworte ich immer eine Frage aus dem Q&A etwas ausführlicher. Und die heutige Frage lautet, ich bin 45 und bin unsicher, wie es im Bett so weitergeht. Grundsätzlich kann ich dir sagen, du musst nicht verunsichert werden. Ich kann dir nur sagen, es wird besser. Und zwar warum? Man nimmt ein bisschen diesen Druck raus, dass alles perfekt sein muss. Ja, okay, man turnt nicht mal ganz so durch die Betten, aber dafür weiß man meistens auch schon, was man haben möchte. Aber ich kann auch sagen, es wird auch anders. Und zwar ist es zum einen so, dass Frauen sich langsam, oder die Situation verändert sich. Männer sind ja oftmals so, dass sie die Bettgeschichte dazu brauchen, um stresslos zu werden. Bei Frauen ist es genau andersrum. Sie brauchen eben kein Stress im Kopf, um im Bett Spaß zu haben. So, und das ist erstmal etwas Grundlegendes, was man sich klar werden muss, dass man so ab 45, wie gesagt, vielleicht auch bei einigen schon früher, sich überlegt, wie ändern wir das, dass die Frau eben stressfreier ist, um damit die Geschichte im Bett etwas besser genießen zu können. Daran solltet ihr arbeiten. Manchmal helfen auch Yoga-Übungen, um einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen, um dann eben das Knickknack besser genießen zu können. Aber jetzt kommen wir zu dem ursprünglichen Problem oder zu der Problemstellung, Problemstellung, wie ändert sich das denn im Alter? Also, es gibt ein paar Dinge, die man dabei beachten muss. Das eine ist, dass durch die Menopause, aber auch durch die Hormonumstellung grundsätzlich bei der Frau es dazu führen kann, dass die Vagina sich nicht mehr von alleine so befeuchtet. Und damit man da ein bisschen Druck rausnehmen kann, sollte, empfehle ich immer, wasserbasiertes Gleitgel zu benutzen. Einfach vorneweg schon mal das nehmen, damit man einfach nicht Angst hat, dass es eventuell wehtun könnte oder dass es eben zu trocken ist. Immer am Bett stehen haben und auch gerne mit dem Partner oder der Partnerin darüber kommunizieren, dass das jetzt eine Phase ist, wo es nun mal ein paar Hilfsmittelchen braucht. Da kommen wir nämlich auch zu den Hilfsmittelchen beim Mann. Denn da ist es ja auch so, dass es mit zunehmendem Alter, mit der Standfestigkeit nicht mehr ganz so groß ist. Das sollte aber auch kein Problem sein. Zum einen gilt es da für beide, dass vielleicht das Vorspiel etwas länger ausgedehnt wird und damit er mehr Zeit hat, um das ganze Blut dorthin zu arbeiten, wo es hin soll. Und es hilft eben auch der Frau, sich mehr fallen zu lassen, Stress abzubauen und auch feuchter zu werden. Also dehnt das Vorspiel aus. Und das Zweite ist beim Mann, um der Standfestigkeit entgegenzuwirken, gibt es ja diese Vipropenesringe. Das hilft ihm. Dadurch wird nämlich der Blutstau, ein bisschen ist er gesichert und es kann nicht das Blut von alleine so ganz einfach wieder verschwinden und damit die Standfestigkeit. Und dieser Bereich hier stimuliert, wie gesagt, auch die Klitoris ganz wunderbar. Das zu dem einen Thema. Zu dem anderen Thema versucht euch ein bisschen eine andere Art der Liebe zu zeigen. Vielleicht indem ihr mehr auf die Körperlichkeit, auf das Streicheln eingeht und euch da einfach den Fokus drauf legt und nicht mehr allein nur den Höhepunkt in den Fokus setzt. Ansonsten, wenn es zum Beispiel bei der Standfestigkeit beim Mann nicht ganz so ist, wie man sich das vorgestellt hat, legt euch doch auch einfach beide Seiten ein paar Helferlein parat, um dann doch noch zum befriedigenden Abschluss zu kommen. Das waren meine Tipps. Wenn ihr mehr habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare rein.